Dreckig krächten ihre Stimmen, spätisch schwarz glänzt ihr ein Kleid. Was sie gesehen, als kommentieren sie, wer dran kommt, tut ihm leid. Die Ohren sind nach Geräusch verrückt, die Welt tritt so dumm, ist süff. Interessiert dich, was passiert ist? Doch ich sage mir das noch nicht. Es ist doch immer das Gleiche, da sitzt man vor dem Fernsehen. Da kommt der ganze schöne Film. Vielleicht wüsst du nicht der Anfang von der Geschichte von Isidor. Weil ich mir so überlege, es kommt mir selber die Spässig vor. Geht's euch auch nicht ganz aufs Gäder. Dass wenn die Spannung einfach frisst, mit der Anfang von der Füll, wegen der Wertung ganz vergisst. Kurze Studen müsst ihr anschauen. Ist das noch kein Kussionist? Seel schwebt der Vogt, die lieblige Gierze. Aufsahme die vier engen Wände. Er gehört den Württ, die werden es schätzen. So steigt es dich im Kästenwärm. Wir brechen schnell das Schweigen. Da musst du etwas dazu zeigen. Also, es ist ein irischer Dudelsack. Das allersicherste Instrument, das es gibt auf der Welt überhaupt. Das haben wir herausgefunden. Das einzige Instrument mit Airbag und Sicherheitsgurt. Das ist doch sonst gar nicht, doch sonst gar nicht sie Art. Das ist doch sonst gar nicht, doch sonst gar nicht sie Art. Ich weiss schon, vom ethisch-moralischen Standpunkt aus ist das ein Lied, das polarisiert und äh... Volles Verständnis, wenn ich jetzt nicht alle so Räste losse, der Geistert sind vom Inhalt. Die, die es gesehen haben, sind als toderschrocken, dass sie lehnen. Man soll leben, wo alle schon totgelaufen haben. Äh, Kühe zu fressen acht Stunden pro Tag, wo würde das bei uns hinbekommen? Ja. Schau mal in den Kugel von der Kugel. Wenn du mal hast du gemacht, bekommst du die Kugel. Darum habe ich keine Rote, die Kräfte zu tun. Mit dem Blick von der Kugel. Drei Turnschuhe, Affe und Hosentiet. Herr, meine Gefäder füllen Spalte. Herr, meine Tänk. Herr, meine Tänk. Herr, meine Tänk. Herr, meine Tänk. Jetzt wird ich wirklich alle offen, langsam alle offen. Danke. Das war die, die ich mit dem Kopf behaupte, wunscher, aus dem britischen Aussagen. Herr, meine Tänk. Das war die nächste Schuss der Fall. Danke. 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 Danke, danke. Danke. Untertitelung des ZDF, 2020